Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Eldos G3. Okay, mit Kamera haben wir noch nicht gesprochen, dann wird gerastet und dann geht es weiter im Goblin-Lager. Also wegen unserer Larvenkräfte? Du hast es wirklich gemacht, oder? Nicht überrascht, um mehr Lithium zu dem Mix zu verwenden? Na ja, was kann ich sagen? Du siehst gut, siehst gut, siehst gut, siehst gut. Wenn du einen kleinen Buss aus dem Tadpole bekommst, wer bin ich, um dich zu begrüßen? In Wahrheit... Hast du noch keine Gefahr? Hm... Ja, warum eigentlich nicht? Habe ich, und sie gehört euch. Danke, Soldat. Ich werde es gut benutzen. Ich versuche. Stimmt, du hast auch noch die Münzen, aber wie gesagt, wir haben dich ja eh nicht dabei im Moment. Was kann ich dir tun? Hm, okay, sonst war nichts Neues. Gut, pennen wir. Ich versuche, dass ich zurück werde. Ich versuche, dass ich zurück werde. Ich versuche, dass du den Tadpole benutzt hast. Ich versuche, dass du den Tadpole benutzt hast. Gut. Ich versuche, dass du den Tadpole benutzt hast. Ich versuche, dass du den Tadpole benutzt hast. Ich versuche, dass du den Tadpole benutzt hast. Bis die Tadpole benutzt, dass du den Tadpole benutzt hast. Und wenn du den Tadpole benutzt hast, wird dich zu töten. Du bist glücklich, dass Halsey das wusste. Seine Instinkte sind richtig. Seine Parasite sind nur ein Symptome von einer größeren Krankheit in Faerun. Wie zerstöre ich die Quelle, aus der die Larven ihre Macht beziehen? Ich bin noch nicht sicher. Um die Antworten zu finden, müssen wir erst die Grunde finden. Diese Parasite sind mehr als ein Lithid-Sporn. Sie sind Vesseln. Für Kontrolle. Die Infection hören die Sprache des Absoluts. Und glauben sie, dass es ein Gott sei. Das ist wie der Kult des Absoluts ist. Die Höhe von ihren Räumen, die True Souls, tragen eine Tadpole, wie du. Das ist wie sie bekommen ihre Orden. Das ist das, was sie machte. Wenn die Orden zu transformieren ist, wird es nicht ein paar Tage geben. Sie werden Mind Flayern in einem Moment. Wer es nicht für meine Protection, so würde du. Wie beschützt ihr mich? Ich habe powers von meinem eigenen. Unige powers. Aber wissen Sie, dass wir zusammen sind. Just wie du. Ich wurde mit einem Mind Flayer Parasite infectiert. Just wie du. Ich versuche es zu sein. Ich habe es versucht, von diesem Verletzigen zu retten, für lange Zeit. zuerst. Mal so. Ich habe es nun fast gefütet. Wie zu dir. Ich habe bisher eine neue Chance gegeben. Du kannst gehen, wo ich nicht. Und ich habe dich von diesem Schlauhe. Kann ich euch irgendwie helfen? Aber später oder später, ich werde es nicht verraten. Du musst herausfinden die Sorge der Magik, die die Parasites kontrollieren, bevor das passiert. Die Kultisten sind in den Towers der Moonrise. Use die Werte, die Parasite gibt, um sie zu überzeugen, dass du sie einer von ihnen bist. Und wenn du die Sorge der Magik findest, sie zerstören. Geh. Unsere Freiheit depends auf sie. Alles klar. So. Ähm. Wir haben jetzt was Neues. Du hast wohl was. Cool. Okay. Äh. Wie sieht es mit der Nachforschung aus? Was? You shall see. Um, was? You shall see. The, I must have this. I have a needle in my tunic. She said it was all the same. You're not, but the only thing. Ja, dieser Parasit ist ungewöhnlich. Ich habe aus guter Quelle, dass eine Extraktion derzeit unmöglich ist. Ja, ich glaube, ich speichere da erst mal vorher. Mich interessiert halt schon, was passiert, wenn ich es machen würde. Speichern wir mal. Okay. Dann schauen wir mal. Ich lasse ihn fortfahren. Okay. Ich werde ein mehr robustes Implement brauchen. Volo schützt die Kugel aus deinem Eingang, dann riecht er in seine Beine. Er produziert einen Eispick. Okay. Ich hoffe, dass das wird. Volo schützt die Eispick näher zu deinem Eingang. Jetzt. Werde ich gerade lobotomiert? Ich glaube, es ist ein Feisty Critter. Just a little further. Volo schützt die Kugel aus deinem Eingang mit einem violenten Eingang. Ihr Eingang plopst down into the mud. Drat. Er pauses, looks down at your Eingang und recoils slightly as es sinkt into the mud. Ich glaube, eines meiner Augen sind nicht mehr richtig. Ja, sehr gut. Aber es ist ein milder Trauma. Ich kann nicht helfen, aber fühle mich sehr, 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 sehr beschäftigt. Vielleicht gibt es etwas mehr, das ich kann tun. Ich bin sicher, dass du das alte Gehle bist. Du hast es versucht, es für die Säge zu probieren. Und, um, es war sehr schön, dass du dich kennengelernt hast. Ich bin sicher, dass du dein kleine Gehlein Problem hast, eine Art oder andere. Far weg von hier, wenn du hartst. Terribly sorry, my friend. Ta! Okay, ich kann es unsiehbar sehen. Was habe ich sonst noch? Blutendes Auge. Wüfflerwahrnehmung. Du bist jetzt weg? Hm. Attributsentzug. Genau, das ist... Aber ich glaube, sonst habe ich nichts mitgenommen, ne? Hm. Hm. Nö, nicht, dass ich was sehen kann. Okay. Hm. Hmm... Ja, lass uns weitergehen. Ja, ich glaube ich lass es tatsächlich. Gut, schauen wir mal. Achso, mir wurde auch gesagt, dass man mit Shift... ...auch ohne Schleichen sich die Dings anschauen kann. Kann ich hier irgendwo raus? Ja, wir müssen ja schon, wir müssen noch die Leiche von dem Dings finden, ne? Ja. Oh! Hm? Ja. Gut, Zielpunkt ist nicht erreichbar. Schau. Oh ja. Simpel. Schauen wir mal. Was wollten die überhaupt denn von euch? Die... Die... Die Groove. Zu dem Ost. Die wollten wissen, woher wir von kommen. Die... Die... Die töten alle. Bitte. Ich muss ihnen warnen. Ähm... Wie kommt ihr auf diese Bank? Wir... Äh... Ich war... ... mit einem Grupp von Adventurer. Wir kamen hier für ein Artifakt. Ein Artifakt? Ähm... Was denn für eins? Ein Artifakt? Ähm... Was denn für eins? Was wissen Sie noch über den Tempel? Gibt es sonst noch Schätze? Ich bin nicht sicher. All das ich weiß, ist, dass es ein Passage zu finden ist. Was wissen Sie noch über den Tempel? Gibt es sonst noch Schätze? Ich... Ich bin nicht sicher. All das ich weiß, ist, dass es ein Passage zu den Nachtsong ist. Brian hatte Instruktionen, aber... ... 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 KE Ja, alles klar. Sehr schön. Nächste Desperation. Hm, achso, warte mal, ich sollte vielleicht nochmal schleichen. Hm. Ja, ich glaube, wir kommen hier aber nicht mehr ungesehen raus, so wie das aussieht. Hm. Hm. Warte mal, hier oben rum vielleicht? Kannst du mal testen. Okay. Das war dann nix. Ja, ich glaube, Schaden kannst du auch nicht, die mal umzuhauen. Haben wir irgendwo Vorteile? Ne, ne? Leider nicht. Hm. Obwohl, ne, ich glaube, ich haib mir das noch auf. Denkt, draußen werden bösere Gegner rum. Sehr schön. Hm. Dann schnapp dir vielleicht mal noch den. Alles klar. Ja, okay. Und jetzt, ja, wurde mir auch schon gesagt, dass ich halt gucken soll, dass sie alle im Gefecht sind. Sind sie leider nicht. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich dachte, ihr werdet alle mit drin. Stimmt, die müssen wir auch noch irgendwie platt kriegen. Gut. Hauen wir den Speer um? Ich glaube, schon. So, Nummer eins. Sehr schön. Ähm, genau. Du. Kriegst du den? Ne. Leider nicht. Ähm. Die sollte relativ schnell weg sein. Die kriegen wir aber. Cool. Auf den Punkt erledigt. Ah. Ich glaube, wie die Statue war. So. Hm. Gut. Wäre cool, wenn es geklappt hätte. Ja, dann warten wir mal die. Oder harren wir mal der Dinge, die da kommen. Hm. Wie viel Lebensmittel hast du? Neun. Ja. Dann gibt es elf Splast. Zu weit entfernt. Schade. No time to waste. Das soll doch eigentlich reichen. Nö. Na gut, dann du. Ja, schade. Das reicht nicht mehr ganz. Mist. So. Ah. Und cool. So. Hier wurde das Charisma genommen. Dummerweise halt. Obwohl, das kriegen wir irgendwie weg. Tja, hörten wir jetzt. Achso, okay. Wir können da hochklettern und dann schießen. Ähm. Ja, gucken wir, was wir hier ausschalten können. Na, schade hat er aber leider geschafft. Du hast wahrscheinlich noch, äh, okay. Bisschen was. Hm. Hm. Ah, warte mal. Kann ich die umschmeißen? Okay, ja, ein bisschen Angriff drauf machen. Okay, gut. Okay, dann geh hoch. Hm. Hm. Ah, alles klar. Glück gehabt. So, dann schalten wir mal Gribbo aus. Zuerst. Und dann. Geht's dir mal noch an den Kragen? Cool. Und dann. Machen wir uns mal hier rüber auf den Weg. Glück gehabt. So. Schauen wir mal, dass wir die loswerden. Hm. Fernkampf gehen. Äh. Versuchen wir es lieber mal da. Hm. Hm. Ne, ich späne mir die auch noch ein bisschen auf. Sehr gut. Hm. Durchschauen brauchen wir noch nicht. Das passt soweit. Hm. Okay, das ist zu tief zum Runterspringen. Alles klar. Hm. Ja, machen wir uns mal auf den Weg. Um dir dann mal den Garaus zu machen. Notfalls. Das ist mein Zeitpunkt. So. Weiter geht's. Ich habe meinen Mark gefunden. Und das hat gereicht. Ach, du lebst noch? Ne, ich dachte gerade. Alles klar. Ja, dann bleibt nur noch der eine hier. Zwei Schritte zusammen. Ja, bleib mal da stehen. Sehr schön. Cool. Ja, okay. Das war's dann mit euch. Dann schauen wir, was ihr noch dabei habt. Schlüssel auf jeden Fall. Ähm. Ja. Das lassen wir erst mal. Ja. Und du hast noch was Schönes? Hm. Du Aalstab. Kannst dich runtergehauen? Ah ja. Tatsächlich. Okay. Cool. So. Du noch. Ich glaube, beim Rest können wir es dann lassen, oder? Guck mal hin. Ah, vergessen. Vergessen zu Waren hinzuzufügen. Alles klar. Gut. Uns. Wir haben, glaube ich, tatsächlich keinen Schaden gekriegt. Die Debuffs sind auch wieder weg. Dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wie es draußen aussieht. Ob wir uns da auch noch durchkämpfen müssen. Ich befürchte ja schon. Ich bedanke mich auch schon mal fürs Zuschauen. Hoffe ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao.